hallo mein lieben dozeros und herzlich willkommen zu meinem kanaltrailer von mir enderdude lp ich heiße louis ich bin 13 jahre alt gehe auf ein gymnasium und will gleich vorab sagen dass die videos von mir nicht regelmäßig kommen das heißt ich werde sie einfach hochladen wenn ich gerade zeit habe und die stupe schule bin ich halt so auf den sack geht so hauptsächlich werde ich minecraft spielen wenn ihr irgendwelche anderen spiele sehen wollte ich spiele irgendwie oder wo ich total verkacke oder so schreibt einfach mal in die kommentare und ja ich sage jetzt vor auf dem kanal werden auch andere modi kommen jetzt nicht nur bad wars auf kommer was eigentlich relativ klassisch ist sondern auch ttt oder endergames ich produziere einfach irgendwas irgend ein schild den ich dann hochladen kann und euch dann präsentieren kann auf dem präsentierteller wo war das ganz schlecht egal vielleicht habt ihr es schon gesehen im hintergrund läuft das mask lp das ist der ehemalige enderdude lp äh gott nicht enderdude lp äh dr terror und ja er hat seinen namen geändert und ich werde ihn wenn er seinen kanal neu gemacht hat ähm auch in die beschreibung packen beziehungsweise auch bei meinem kanal unterdudes ebenfalls ähm unterdudes zu finden ist die jetzt laute mit ihr nehme ich auch ab und zu mal auf und ja bitte schaut auch mal bei ihr vorbei gut ich hab eigentlich alles gesagt ähm ich hoffe es hat euch gefallen wenn ihr wollt könnt ihr eine bewertung da lassen wenn ihr die videos sehen wollt die ich produziere oder solche videos halt nicht mehr verpassen wollt könnt ihr mich auch gerne abonnieren ich denke das war's mit meinem trailer bis zum nächsten mal ciao mit demnäogen